Pass mal auf! Wir zählen mal runterfahren, ne? Das steht nicht so geil gerade, ne? Das ist überhaupt nicht gut, wenn wir jetzt sehr hoch gehen. Ich hätte jetzt schon keine Sachen, weil die Jacke wieder haben würde. So, bestes hinein. Pass mal auf, wenn es zu hoch geht, müssen wir rennen. Ohhhh! Wie ihr seht? Alter, das ist jetzt sehr hoch! Ohoho! Weiß! Wauw! Alter! Komm mal! Ich wollte das nochmal mit euch teilen. Ich weiß nicht, ich weiß, dass dieses kommt. Aber ich hab mich immer fix zu schauen. Ich hab mich nur geflext. Ich sehe, das muss ich über die Dino eignen. Oder so. Aber so sieht das aus mit 100 Meter. Jetzt weht sie auch schon rüber. Komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020